Wir müssen anpassen, sonst Wind ist krass. Ah, grüß euch. Im Batscher-Kofel sieht man nicht so gut. Da drüben ist der Klunketzer. Da haben wir einen Inn. Kleine Kapolen. Ja, wäre doch eine gute Idee, da kurz hergehen zu können. Absolut, ja, absolut. Eigentlich wäre es deine Idee, weil ich habe ja gesagt, ich will ja zuerst im Tag hocken, dann steu auf die Decke, wenn er hergeht. Wenn er möchte ich da hergehen. Dann kommst du ja in den Kapitel zuhafen. Marokkaner filmen, wie sie das Zeug verbunkern. Meine Freundin habe ich auch dabei. Ja. 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 So. Schöne. Ja. Ja. Vielen Dank.